Hallo, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Hier der zweite Teil BS News vom 10.08.2011. Ja, wie gesagt, es ist schon einiges los hier in der Stadt. Auch am Spaßbad wird weitergearbeitet. Ich habe ja berichtet, dass da ein Arbeitslager, das Arbeitslager-Schützenplatz war, etc. Unter anderem bin ich auch Pressesprecher des AK Uferstraße. Und wir haben schon befürchtet, dass wenn hier die Bauarbeiten losgehen oder weitergehen, dass die Uferstraße-Leute wieder terrorisiert werden. Ich habe dazu natürlich wieder ein bisschen Filmmaterial über Vandalismus, der geschehen ist in der Uferstraße. Und das zeige ich euch mal hier. Da habe ich schon vermutet, Vandalismus hier. Hier hat man den Zaun eingetreten in der Uferstraße. Ich habe ja schon mit gerechnet, dass irgendwas passiert hier, dass hier wieder Randale passiert, dass man die Leute einschüchtern will. Und hier hat man eben die Zäune eines Grundstücks in der Uferstraße eingetreten, bewusst eingetreten. Eine kleine Badeveranstaltung an der Ufer. Es scheinen so ein paar lebensmüde zu sein, die unbedingt von der Brücke ins Wasser springen wollen. Ich hoffe, dass das gut geht. Ja, man hört es, sie haben es überlebt. Aber es ist natürlich ein Risiko, so etwas zu machen von der Brücke in die Ufer zu rücken. Ich weiß nicht, ob das so doll ist. Na gut, solange nichts passiert ist, okay. Aber das haben schon andere gemacht und sind dann auf irgendwas drauf gesprungen oder sind im Rollstuhl gedandet, weil sich das Genick gebrochen haben. Na gut. Ja, wie gesagt, soziale Projekte werden soweit runtergefahren. Da ist kein Geld mehr für da. Ihr seht so ein Leichtsinn. Da fliegt so viel in die Ufer. Einkaufswagen, Fahrräder, Mopeds, was da alles reingeschmissen wird abends. Wie gesagt, ich habe euch mal den Platz gezeigt, wo die Stadt die Urka von Möbel freit. Da sind Einkaufswagen drin, Fahrräder rundet und es ist natürlich ein Risiko, da reinzuspringen und auf so ein Ding zu landen. Aber das passiert natürlich dann nur, wenn Leute nicht wissen, wo sie sich rumtreiben sollen oder Jugendliche. Und viel schlimmer ist es ja, dass sie dann eben anfangen zu saufen. Vielmehr hat ja die Stadt hier auch die Ladenbesitzer kontrolliert, was natürlich absoluter Blödsinn ist. Jeder weiß, der mal, ich meine, ich war auch mal jugendlich, wenn ich 16 war, ich habe mich zu saufen gekriegt, habe ich meinen Kollegen losgeschickt mit der 18er und der hat mir das besorgt. Also die kommen da immer dran, ob das jetzt eine Kontrolle ist oder nicht. Vor allen Dingen, weil es ja auch eine Absorke war, weil die ja das Datum zugehalten haben mit dem Fingern. Ja, das ist noch eine ganz andere Sache. Aber die Partanen schweigen ja darüber. Vielmehr haben wir dann eben das Problem, dass Jugendliche eben in der Gegend rumliegen und saufen. Ich habe hier also auch jemand gefilmt, zufälligerweise, den ich also gegen Mittag im Park gesehen habe, der stinkbesoffen auf einer Parkbank lag. Und ich meine, wenn das natürlich das ist, was die Stadt will, dann bitteschön, dann guckt euch das hier auch an. Ja, ja, Kollege, ein wenig zu viel getrunken hier, würde ich mal sagen. Keine Ahnung, was das für einer ist. Aber naja, ein wenig viel Alkohol und liegt immer in der Gegend rum. Ja, so sieht das nämlich aus. Das sind die Folgen einer Politik, die hier im Braunschweig gemacht wird, wo gespart wird, ja, an falschen Enden. Aber vielmehr baut man Glaskuppeln hier auf, macht über einen Häuser, macht Kreise und Dreiecke dran, beleuchtet Kirchen und für soziale Projekte für Jugendliche. Das ist kein Geld mehr. Die macht man mit der AWO ein Haus für psychisch kranke Jugendliche. Ja, indem man sie erst psychisch krank macht, zu Alkohol und Drogen bringt, um sie dann später behandeln zu können. Schaffe an Probleme und bietet die Lösung. Und das ist also unter aller Sau, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und das sind die Folgen, die wir dadurch haben. Und wenn jemand wie ich Projekte macht, wird er auch noch attackiert. Wenn ich um Hilfe bitte bei den Gerichten, bei Leuten, die die Verantwortung haben, angeblich die Verantwortung haben, unabhängige Richter angeblich, ja, die die Mitwirkung verweigern. Und das ist ein Unding, was passiert, dass diese Leute alle mitmachen, sie hauen. Ihr kennt ja die drei Affen. Erstmal sind sie braun, nichts hören, nichts sagen und nichts sehen. Ja, das passt also wie die Faust aufs Auge. Ja, und da kommt sowas bei raus. Ich habe mehr als genug Jugendliche von Drogen und Alkohol weggebracht. Auch vernünftigerweise, ich versuche soziale Projekte zu machen und ich kriege hier noch Steine zwischen den Wegen, zwischen den Wegen geknallt oder Knüppel zwischen die Beine. Ja, nicht nur, dass man mir selber hier was unterschiebt und behauptet, die Verdrohung abhängig wird nicht lesen und nicht schreiben und verweigert bis heute die Mitwirkung. Auch die ARGE jetzt wieder, aber auch hier die Staatsanwaltschaft bei der Strafanzeige. Man fängt die Post ab, man bearbeitet die Strafanzeige nicht. Man ist ja schön dumm, wenn eine Frau Vrede von 10.000 auf 20.000 jetzt das Verfahren laufen hat. Ja, und wahrscheinlich werde ich den Herrn Scholz auch nochmal anrufen, den Staatsanwaltschaft wegen Unterlassung der Beihilfe. Beziehungsweise ist mir auch ein Schaden entstanden, weil er das Geld nicht beigetrieben hat und kriegt dann nämlich von mir auch noch eine Zehnung. Sie sind zwar schon bei 30.000 Euro. So einfach geht das, wenn die Herrschaften hier nicht durchblicken. Es ist also unglaublich, dass die es mitgeben. Ich habe in anderen Fällen auch gefunden, ich habe euch ja bereits schon gezeigt, mit der Justiz und Privatisierung habe ich einen getroffen, der läuft ja auch immer durch die Stadt und fragt immer nach 20 Cent. Ganz witziger Typ. Man sagt so, das kann ein Christen von ihm 20 Cent. Den haben sie jetzt auch für dreieinhalb Wochen weggebuchtet. Angeblich wegen Diebstahl. Der hat schon seine Wohnung verborgen. Er wohnt schon an der Haus. Das heißt das, was ich als Arbeitslager bezeichne oder als Lagerhaltung bezeichne. Und das war auch mit dem, den ich in der Joshua Wolfenbitte getroffen habe, der drei Monate gekriegt hat, wegen Beleidigung. Die verlieren ihre Wohnung. Sie kommen in Obdachlosenheime und da kann man sie jederzeit wegbuchten und keiner schreit mehr danach. Und das ist die Sauerreihe, die hier abgeht. Und das mit Hilfe der Justiz und eben auch der Arten, die das Ganze mitmachen. Und was dabei herauskommt, habe ich euch gerade gezeigt. Wir haben Jugendliche, die in der Gegend rumliegen, die saufen oder eben die irgendeinen Blödsinn machen und sich in Lebensgefahr bringen. Von einer Politik, die hier in der Stadt betrieben wird. Und die ganzen Parteien halten die Schnauze und sagen, keiner sagt was, aber wir machen die Stadt sozialer und Scheiß machen sie. So einfach ist das. Und das ist also, wie gesagt, ein Unding, was da geht. Ich vermisse jetzt noch einen, der immer bei Penny gesessen hat. Ein jünger Mann, auch ein ganz lieber Kerl. Den habe ich seit drei Wochen nicht mehr gesehen. Wer weiß, wo der ist. Er ist ja auch krank, genau wie ich. Und wer weiß, vielleicht haben sie ihn auch schon weggepuchtet. Oder ich weiß es nicht. Es ist also unglaublich, wie hier die Leute verschwinden. Und dann findet man sie im Plast wieder oder sonst irgendwo. Nur damit sie ihre Privatisierung der Gefängnisse durchziehen können. Und das, wie gesagt, es gab ja jetzt auch ein Gerichtsurteil, wegen dem Zusatzbeitrag den Hartz-IV-Empfänger bezahlen müssen. Ich nenne das Sozialraub auf Kosten der Ärmsten, der Armen. Weil von Hartz IV kann man nicht leben. Und wenn denn die Leute auch noch, die sich krank geworden sind und die ihren Job verloren haben aus irgendwelchen Gründen, auch noch die Kosten für die Krankenkassen übernehmen müssen. Das ist wohl, wenn dann ein Gericht sagt, das wäre nicht verfassungswidrig, dann weiß ich nicht, was verfassungswidrig ist. So, dann habe ich noch ein paar Beschwerden gehabt, wegen der Stadtwerke Braunschweig, BNS Energy, haben mich ein paar Leute angesprochen. Ich kenne das ja auch schon, die Geld überwiesen haben, mehr als wie sie eigentlich sollten, haben dann dafür eine Mahnung von 4,50 Euro gekriegt, obwohl sie einen Guthaben haben, weil sie ja mehr gemacht haben. Jetzt hat man mir verlauten lassen, ja, man müsste sich an ein System anpassen. Ich meine, seit wann muss sich der Kunde an das Computersystem einer Firma anpassen? Ich meine, es wäre ja wohl mehr als recht als schlecht, wenn die Herrschaften BNS Energy, ja, sich den Kunden anpassen. Ich meine aber, was will man verlangen, wenn ein Herr Dr. Gerd Hoffmann im Vorstand ist mit NPD-Vergangenheit, da wird gezockt ohne Ende und die Gewinne gehen nach Veolia. Ja, das kann ja wohl nicht sein, wenn hier, wenn, sage mal, Monat nicht 40 Euro auflaufen und ich bezahle 50, dass ich dann eine Mahnung über 4,40 Euro kriege. Wo gibt es denn sowas? Was ist das für ein Service bei der Stadt Braunschweig, BNS Energy? Ja, aber vielmehr macht man sich da einen Kaffee rein und macht dann Veranstaltungen, ja, auf Kosten der Leute, die dann die Mahnung bezahlt haben. Und ein Großteil, 75 Prozent, gehen nach Veolia, nach Frankreich, was ja schon mal gar nicht aufgrund der niedersächsischen Verfassung machbar wäre, aufgrund des Diensteiltes. Aber wir wissen ja inzwischen, dass Braunschweig einen eigenen Regierungsbezirk hat. Ähnliches Problem ist aufgetreten bei der Verkehrs-AG. Die kleine Burgfahrsteller hat mich zweimal eine Dame angesprochen. Das war das erste Mal, dass sie ihre Fingernägel gemacht und war beleidigt, dass ich da reingekommen bin, obwohl der Laden leer war, ja, und maulte mich an. Das ist erst am 12. die Fahrkarten kaufen. Diesmal war ich am 1. da und sie maulte mich nochmal an. Was ist das für ein Service, wenn man Hartz-IV-Empfänger ist oder was? Sollte die Dame mich nochmal anmaulen, bin ich mit der Kamera da und da werde ich ein Interview mit ihr machen. Wahrscheinlich passt ihr ihr Job nicht oder vielleicht hat sie keinen Mann, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist das nicht jemand, den man da im Kundenservice sitzen lassen sollte. Das geht ja wohl gar nicht. Und nochmal werde ich mich nicht anmaulen lassen. Da findet sich die Dame im Internet wieder immer an Nachrichten. Vielleicht mal so einen kleinen Gruß an die Verkehrs-AG Braunschweig. Mal gucken, wen sie da sitzen haben. Das ist eine blonde Dame. Die Herren der Erschöpfung sind da alle ganz nett und freundlich, aber diese Dame meint sie es etwas Besseres und meint die Leute da abkanzeln zu müssen. Kundenservice ist das auf jeden Fall nicht bei der Verkehrs-AG Braunschweig. Über die Lehrspende habe ich ja überall gesprochen. Vielleicht hier nochmal einen kleinen Aufruf an die Hausbesitzer in Braunschweig. Falls ihr einen leerstehenden Laden habt oder eine kleine Wohnung oder sonst irgendwas. Die Piratenpartei sucht immer noch ein Büro. Recht günstig. Also wenn ihr euer Leben nicht leerstehen lassen wollt, sondern vernünftige Leute reinhabelt, wendet euch an mich oder an Oliver Schülmann von der Piratenpartei. Geht bei Google ein, dann kriegt ihr auf dem Piraten-Wiki oder erscheint die Adresse. Das gleiche Problem haben wir mit der Plakatierung für die Kommunalwahl. Falls einer ein Gelände zur Verfügung stellen kann, eine Garage, eventuell mit Toilette und Strom, wäre das ganz nett, damit wir die Plakate fertig kriegen und die da einlagern könnten bis zur Kommunalwahl oder vor der Kommunalwahl für die nächsten Wochen. Auch bitte an mich wenden oder eben an Oliver Schülmann von der Piratenpartei. Ja, was haben wir noch? Wie er alle mitgekriegt hat, sind in England. Man redet von Krawallen. Das sind aber keine Krawalle, das sind Sozialausstände. Wir haben das gleiche in Spanien. Wir haben das gleiche in Italien. Wir haben das gleiche in Griechenland. Aber auch in Holland brodelt es. Frankreich brodelt es. Es wird jetzt beschwichtigt von der Presse. Und man sagt, hier in Deutschland ist es nicht so. Und das stimmt nicht. Wir haben im Braunschweig jetzt Wochenende, dass hier Papiercontainer angezündet werden. Wir haben in Berlin Autoanzündungen. Wir haben in Hamburg, dass Autos in Brand geraten werden. Man versucht es jetzt auf die Immigranten zu schieben. Ist aber nicht der Punkt, weil das sind die sozial unteren Schichten, die rebellieren, genau wie in England, gegen die Sozialpolitik, ja im Prinzip gegen die Euro-Tour. Wir kämpfen ja seit Jahren schon, berichten wir über den Elisabeth-Vertrag, dass er nicht so gut ist, aber auch über den Euro. Jetzt habe ich gerade reingekriegt, ein Reich, ein Volk, ein Reich, ein Volk, ein Euro. Der Weg zum vierten Reich. Kann ich nur empfehlen. Ist bei mir unter Aufklärung ganz unten gesiedelt. Und kann man sich einfach mal antun. Ist eigentlich ganz interessant. Wie gesagt, hier fehlt auch in Deutschland nur der kleine Funke. Und dann sprengt das Ding über. Das wundert mich sowieso schon aufgrund der ganzen sozialen Unruhen und Ungerechtigkeit, dass hier nicht schon irgendwas passiert ist. Aber der deutsche Michel ist recht langsam. Das wissen wir ja alle. Und nur wenn er losgeht, dann geht er los. Und hier fehlt, wie gesagt, der kleine Funke. Der ist, auch wenn die Presse versucht, es runterzuspielen. Das ist aber so. Der soziale Abbau geht immer weiter. Die Gehälter der Reichen steigen. Wie gesagt, hier Luxusprojekte werden nach oben getrieben. Soziale Projekte runtergefahren. Und was dabei rauskommt, habe ich euch schon gezeigt. Ja, so war jetzt so gut. Das war mal ein Bericht aus Braunschweig vom 10.8. von der Nuzifer News. Wie gesagt, ich experimentiere gesundheitlich noch mit ein bisschen China-Kristallen. Solange das auch möglich ist, nur auf die Fragen meiner Gesundheit nochmal anzusprechen. Die EU will uns das ja auch verbieten und nochmal Chemie kriegen. Aber soweit das geht, benutze ich eben, wie gesagt, Wasser. Wasser war noch nie schlecht. Und daher, Prost. Mit Salzwasser und schönen Gruß an Micha, falls ihr das Video seht. Hier, ich habe mir was zusammen gemixt. Sieht ziemlich grün aus, aber lecker. Ja, so war jetzt so gut von den Nuzifer News. Bleibt schön sauber, bleibt trocken. Damit wir uns bald wieder sehen. Zu den nächsten Nuzifer News. Tschüss. ZEB-ZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZEBZ